Anna, wir machen Schluss mit den Karben. Ihr könnt mal fast verraten, wie sie mal von der Arbeit geholt haben zum Verheer. Bis ich spitz kriechte, dass sie bloß nach den Klure fragten. Was hat denn der damit zu tun? Weiß ich nicht. Aber sie suchen, bis sie uns finden. Und dann? Dann holen sie uns, Anna. Wann sind wir, die da für sich alleine sind, bis... Na, sag's schon. Bis, äh... das Urteil vollstrecken, wie sie das nennen. Es heißt... man darf sich noch mal sehen. Kurz davor. Weiterhin, weiterfahren. Weil es sein kann, Otto. Weil sie jeden Tag sein kann, ob wir nur aufhören oder nicht. Anna, wenn wir jetzt aufhören, dann ist die Chance gräser, dass wir durchkommen. Und wie groß war die Chance für Otti? Durchzukommen?